Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Hallo, Hannover! Seid ihr gut drauf! Seid ihr egal, was ihr habt! Nehmt mal ein Haar! Ein A! Ein I! Ein E! Haie! 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 Das klingt schon wieder verdammt gut! Ladies and Gentlemen, den wir jetzt in der Salle präsentieren! Die Eierle Heier als erstes unsere Torhüter mit der Rücken-Nummer 27, Emil Hacke! Zusammen mit der 41, Mann, die Eierle Heier! In der Verteidigung mit der Nummer 11 umgelegt, Ballon! Die 16 bemerken wir aus Leis Alexander-Bau! Und die 23, der ewige Janerheim, Vitali Jönke! Und die 76, der Teria Viertzeslaw Slava Vektski! Die 77, Jonas Menzel! Und die 85, Christopher Hillen! Kommen wir nun zu den Stürmern mit der Rücken-Nummer 7, Andreas Ecker! Mit der Rücken-Nummer 10, Laia Schabuil-Ris! Die Rücken-Nummer 12 trägt der Kapitän der Herdein der Berliner Jungen, Nö! Mit der Rücken-Nummer 13, Christoph Joschi-Josch! Die 19, Johannes Mund! Mit der Rücken-Nummer 54, Beike Erzen! Ladies and Gentlemen, mit der Rücken-Nummer 73, unser Gastgeber, Vitali Seif! Die 86 trägt Marcel Strock! Und last, but not least! Die 97, Christian Picki-Fleischauer! Die 98, Christian Picki-Fleischauer! Die 98, Christian Picki-Fleischauer! Die 99, Christian Picki-Fleischauer! Und noch mal, mit dem eine H! Eine A! Eine A! Eine I! Eine E! Eine E! Eine E! Hei! 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 Okay, Auf geht! Selbst nur vor Null! Und natürlich, Ulrich Scharcksau! Unser Meistertrainer! Selge! Ja! Ja, 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 ja.